Abstimmung zum DONGANG Logo Part 1 Okay, Spaß beiseite, ich bin DONF204 und ja, ihr habt richtig gehört Wir fangen an mit der Abstimmung, aber es ist erst Part 1 Bei der Abstimmung kann ich nämlich nur 5 Optionen eintragen und dementsprechend muss ich mehrere Abstimmungen machen Das ist logisch, weil ich habe nämlich blöderweise 9 Bilder eingereicht bekommen 2 von Calastelio, 2 von Evermore, 2 von Mimi 2, nein, 1 von Johnny Bot Studios Jetzt war ich bei der 2 hängengeblieben, Entschuldigung 1 von Pegismo und 1 von Typewolf Das macht 2, 4, 6, 7, 8, 9 Stück Gut, erstmal danke ich allen die mir Logos eingereicht haben Also danke an Calastelio, an Evermore, Secret, an Mimi, an Johnny Bot Studios, an Pegismo und an Typewolf Und danke an Itai RCS hatte zwar kein Logo eingereicht Aber er hatte Inspirationsquellen gepostet Und diese wurden tatsächlich auch verwendet Hier sind die 4 Inspirationsquellen Und die letzte glaube ich, genau die letzte Hatte sich tatsächlich Calastelio zu Herzen genommen Und hatte hier dieses Logo gebaut Es ist wirklich cool, dass er sich das angeguckt hat Was andere gepostet haben Und hat sich dann auch wirklich inspirieren lassen davon Upsala, das war so nicht gedacht Aber hier könnt ihr dann nochmal beide nebeneinander sehen Man sieht, ja, ich muss mal kurz zoomen Man sieht definitiv Dass die Idee definitiv übernommen wurde Und das ist wirklich cool Es gefällt mir sehr Sehr schöne Arbeit von beiden Und ja Gut, kommen wir aber erstmal zur Sache Was habe ich vor? Ganz einfach Ich möchte drei Abstimmungen machen Die erste Abstimmung Da werden fünf Bilder drin sein Und ihr könnt euch eins aussuchen Welches ihr am besten findet Davon kommen die besten drei Weiter in die letzte Abstimmung Und die schlechtesten zwei scheiden aus, okay? Gut Bei der zweiten Abstimmung Bleiben ja noch vier übrig Da sind viere drin Und davon kommen die besten zwei weiter Weil ja eins weniger drin ist Ist ja logisch Und weil wir hier nur fünf eintragen können Und dann kommen wir wieder auf die letzte Abstimmung mit fünf Und davon dann der Gewinner Wird dann dementsprechend das Gewinnerlogo bekommen Wir werden uns also heute Bei der ersten Abstimmung Die ersten fünf Bilder mal angucken Die ich auswähle Und ihr sucht euch dann aus Welches ihr am besten findet Gut Wo haben wir das? Wir haben das hier, genau Don Gang Logos Und ich würde machen Das macht nämlich am meisten Sinn Wenn die Ersteller nicht gegen sich gegenseitig antreten Also nicht gegen sich selbst antreten So rum Also werde ich auf jeden Fall ein Bild von Calastelio mit reinnehmen Eins von Evermore Und eins von Mimi Und dann zwei hiervon Alles klar Gut, von Calastelio würde ich reinnehmen Das Bild hier So, das hier Ich kann es nochmal in groß zeigen So kann ich auch so zoomen Ja, alles klar So Das werde ich verwenden Also werde ich in die erste Umfrage packen Von Calastelio Calastelio Es ist eigentlich ziemlich cool Mir gefällt es Mit dem Dreiecken Oder Ninja Stern Oder wie auch immer Schuriken Wie man es auch immer nennen möchte Und Dann den Eingabegeräten Drumherum fliegen Und in der Mitte steht halt Don Gang Ist cool Auch mit dem Scanlines Die man ja aus Der Videospielindustrie Vor allem aus Also aus der Retrozeit kennt Wer auf Röhrenmonitoren gespielt hat Beziehungsweise Röhrenbildschirm Wird diese Scanlines bestimmt noch kennen Und wer nicht Der halt nicht So Das wäre das erste Logo Von Calastelio Das kann ich auch gleich mal eintragen In meine Umfrage Calastelio Ich nenne es einfach mal Input Logo Okay Wenn euch dieses Logo Am besten gefällt Dann wählt die erste Option Calastelio Input Logo Okay Dann kommen wir zum nächsten Das nächste wäre dann Das Von Evermore Wir wählen Eins von Evermore Er hat Zwei eingereicht Also zwei mal eins Also in zwei Varianten Gut Gucken wir uns mal Beide Varianten an So sehen beide Varianten aus Ich kann auch mal kurz So machen Und dann kann ich ja auch Mit den Pfeiltasten hin und her schalten Genau Und hier hat er nochmal So einen komischen Filter Drüber gelegt Der mir nicht so gefällt Mir gefällt persönlich Das Sepia Farbene Etwas mehr Das ist Soll glaube ich Eine Briefmarke darstellen Und Man kann hier erkennen Eine Schreibfeder Und Ein Brief Und ein Schwert Zumindest kann ich das erkennen Auf dem Bild kann ich das Nur schwer erkennen Also wenn ich es weiß Dann ja Aber so Also das hier gefällt mir definitiv Am besten Ich würde es wahrscheinlich Nochmal selbst In Photoshop Nochmal Komplett überarbeiten Wenn ihr das wählt Das Sowieso Alle Bilder Die ich euch heute zeige Sind im Grunde nur Mehr oder weniger Konzepte Okay Die sind nicht alle Fertig ausgereift Und ich werde auch immer sagen Was ich ändern würde Und wenn ihr für eins abstimmt Zum Beispiel für Evermore Dann könnt ihr auch gerne In die Kommentare schreiben Was würdet ihr an diesem Bild ändern Ihr findet es Zwar vielleicht am besten Aber mit einer bestimmten Änderung Die noch vorgenommen werden muss Als Beispiel Und dann Könnt ihr das gerne noch Hinzuschreiben Das sind die beiden Von Evermore Ich nenne es Evermore Briefmarkenlogo Evermore Briefmarkenlogo Evermore Briefmarkenlogo Also wenn euch das Evermore Briefmarkenlogo Am besten gefällt Dann Wählt die zweite Option Evermore Briefmarkenlogo Ihr Könnt ja selbst entscheiden Was ihr am besten findet Und was nicht Stimmt einfach ab Die besten drei kommen weiter Also nicht nur das beste Sondern die besten drei Also ihr braucht auch keine Angst haben Dass vielleicht ein anderes rausfliegt Was ihr vielleicht auch toll findet Ich weiß es ja nicht Wählt einfach das eine Was ihr am besten findet Und dann ist Gut Braucht ihr Braucht euch da keine Gedanken machen Großartig Die besten drei kommen dann weiter In die Endrunde Und dann könnt ihr euch Immer noch näher damit beschäftigen Gut Dann kommen wir zum nächsten Bild Das wäre dann von Mimi Da gucken wir uns auch die Nummer 1 an Und sie hat auch mehrere Versionen Einmal mit Schlagschatten Da ist ein Schlagschatten drumherum Wie ihr das sehen könnt Und Upsala Das war jetzt so nicht beabsichtigt Das war so nicht beabsichtigt So Und einmal ohne Schlagschatten So Hier könnt ihr das gut erkennen Hier habt ihr keinen Schlagschatten Bzw. hat sie keinen gemacht Und hier ist dann mit Schlagschatten Ich würde den Schlagschatten Wenn Dann auch Pixeln Und Es nicht so Verschwommen darstellen Ich finde es Wirklich Gepixelt Dann vielleicht etwas schöner Aber So im Großen und Ganzen Finde ich Ist es ein sehr schönes Logo Mit dem Mit den Bäumen Dem Schönen Hintergrund Im Himmel Und Hier dieser Wiese Und Das soll wahrscheinlich ein Fluss sein Der hier so lang geht Oder ein kleiner See Und Dann Dongang Wahrscheinlich in der eigenen Schriftart geschrieben Sehr sehr schön Gefällt mir Kann man Ja kann man machen Gefällt mir wirklich Und hier nochmal In roter Schrift Wie gesagt Wenn euch eins davon gefällt Egal welches Es spielt keine Rolle Wählt Wie nennen wir es Mimi Wald Logo Oder Mimi Pixel Wald Mimi Pixel Wald Logo Dann wählt Mimi Pixel Wald Logo Wie gesagt Es spielt keine Rolle Welches euch davon gefällt Ihr müsst jetzt Keins aussuchen davon Ihr müsst jetzt nicht Irgendwie sagen Oh mir gefällt das Mit der roten Schrift Am meisten Oder mir gefällt das Mit dem Schlagschatten Am meisten Oder mir gefällt das Ohne Schlagschatten Und weißer Schrift Am meisten Das ist egal Könnt ihr in die Kommentare Vermerken Sucht euch einfach Also wenn ihr eins davon Von den dreien Am besten findet Weil sonst würde es Noch mehr Umfragen Brauchen Dann Wenn euch eins davon Gefällt Von den dreien Am besten Gefällt halt Dann Wählt die dritte Option Gut Kommen wir zum nächsten Als nächstes würde ich dann Das von Pigistmo machen Pigistmos Idee war Als Dongang Logo Mein altes Profilbild zu verwenden Das ist natürlich Ein bisschen witzig Weil dann Wenn ich das machen würde Dann Also wenn ihr das Wählen würdet Dann hätte ich ja auch wieder Mein altes Profilbild Wahrscheinlich Und das wäre schon Ziemlich witzig Irgendwo Ähm Das wäre schon Ziemlich witzig Ähm Ja Ich würde es aber Nochmal drüber Photoshoppen Also ich würde das Nicht so lassen Und natürlich Würde auch noch Ein Schriftzug Dongang Hinzukommen Das habe ich auch In diesem Video Hier auch nochmal Demonstriert Hier irgendwo Kann man das Vielleicht sehen Ich muss mal gucken Genau Und dann kann man Das hier so sehen Da habe ich das Nochmal als Schriftzug Und dann habe ich auch Nochmal drunter geschrieben Die Gang der Archivare Also so ungefähr Würde ich mir das Ganze dann vorstellen Falls Ihr das Logo Hier am besten findet Der Schriftzug Und das Bild Das ist alles nicht final Wie gesagt Bei keinem Bild Das ist 100% final Ihr könnt immer Änderungsvorschläge In die Kommentare schreiben Das ist alles kein Problem Aber wählt halt trotzdem Die Bilder dann Die euch am meisten Zusagen Auch wenn Vielleicht Auch wenn sie vielleicht Nicht ganz perfekt sind Also Lasst euch davon Jetzt nicht abschrecken Gut Wie gesagt Wenn euch das hier Am besten gefällt Oder Halt auch nicht Ist ja auch egal Dann Wählt Das Bild Also wenn es euch Am besten gefällt Pegismo Pegismo Altes Profilbild Logo Okay Dann wählt Pegismo Altes Profilbild Logo Wenn euch Die Idee mit dem Alten Profilbild Am besten gefällt Das hatte ich vor 7-8 Jahren Hatte ich das alte Profilbild Noch Dann kam irgendwann Dieser Google Plus Zwang Und Google Hat mir das Bild Dann gelöscht Ich weiß nicht Warum Pegismo Das noch hat Und Google Hat mir das dann Gelöscht Das Bild Und dann hatte ich Gar kein Profilbild Bis Jetzt 2019 Und habe es dann Jetzt 2019 Zu diesem Wunder Wunderschönen Strohhut Geändert Genau Gut Kommen wir zum letzten Von der ersten Umfrage Und da würde ich Typewolf Der Mond Also den Mond Von Typewolf nehmen Da hatte ich bereits In dem Video hier Angemerkt Dass ich Hier Bei Ungefähr Bei 17 Minuten Wenn ihr euch das Noch mal anhören wollt Ja ungefähr Hier so bei 17 Minuten Habe ich Dann noch mal kurz Erklärt Dass ich noch ein paar Änderungen vornehmen würde Aber so im Großen und Ganzen Gefällt mir die Idee Auf jeden Fall Schon mal Ich Würde vielleicht noch Die Struktur des Mondes Ändern Also dass man Vielleicht besser erkennt Dass es der Mond ist Und Vielleicht noch ein paar Andere Sachen ändern Mal gucken Aber im Großen und Ganzen Finde ich Es ist eigentlich Eine sehr schöne Idee Gefällt mir Und wenn ihr Das Bild am besten findet Dann Gebt Äh Wählt die Fünfte und letzte Option Typewolf Mondlogo Das sind die ersten 5 Diese Abstimmung Die wird Heute starten Sobald das Video hochgeladen ist Wird diese Abstimmung Starten Also heute am 20. Ich hatte gesagt Wir machen das Ganze bis 21. Aber ich Habe noch mal Einen Tag rangehangen Dachte ich mir Ja wir machen es bis 22. Also die Abstimmung Wird Bis zum 22. Laufen Und dort Dann bis Sagen wir Jetzt ist es 15.40 Uhr Bis ich das Video hochgeladen habe Hier ist es bestimmt schon Hm Ja 17 Uhr Sagen wir bis zum 22. Um 17 Uhr Dann habt ihr Zwei Tage Zeit Euch für ein Logo zu entscheiden Und abzustimmen Und Dann würde ich Die zweite Umfrage starten Aber dazu kommen wir dann Wenn es soweit ist Ich will jetzt nicht zu viel vorweg nehmen Wir konzentrieren uns erst mal Auf diese Umfrage Ich zeige euch noch mal alle Teilnehmenden Bilder Das wäre einmal Kalastelios Bild Das wäre zum Zweiten Das Bild von Evermore Das wäre dann noch Das Bild von Mimi Dann nehmen wir jetzt mal Ja entweder das Mit Schlagschatten hier Oder das ohne Schlagschatten Oder das ohne Schlagschatten Und rote Schrift Man könnte auch beides kombinieren Falls ihr die rote Schrift toll findet Und den Schlagschatten toll findet Kann man auch Schlagschatten mit roter Schrift machen Das soll nicht das Hindernis sein Wir machen jetzt mal das Ohne Schlagschatten Packen das jetzt mal Hier so irgendwo hin So Da kommen ja noch ein paar dazu Und Ja Das von Pegistmo die Idee Da zoome ich mal kurz rein Damit man das vielleicht besser sehen kann So Sieht ein bisschen verschwommen aus Aber wie gesagt Ich würde es sowieso Noch mal komplett neu photoshoppen Also noch mal neu malen Ich würde es nicht so lassen Aber Vom Grundgedanken her Würde ich es so nehmen Aber Im Großen und Ganzen Würde ich das Ganze Neu photoshoppen Gut Dann haben wir noch das von Typewolf Und Das wäre dann das letzte Die Nummer 5 Also Entweder wählt ihr Kalastellios Bild Das wäre das erste Ich hoffe das stimmt so Ich gucke lieber noch mal Aber ja Ich glaube Kalastellio war auf jeden Fall das erste So So Jetzt stimmt alles Jetzt kann ich es gut sehen Gut Entweder wählt ihr Kalastellios Bild Das ist das hier Das erste So packen wir es mal hier hoch Wählt Evermore's Bild Das Wäre dann das zweite hier Oder Mimis Bild Das wäre das dritte Und Jetzt stimmt auch die Reihenfolge So So Also guckt euch das Ganze noch mal an Ihr könnt auch noch mal auf Pause drücken Auf Vollbild im Video Damit ihr die Logos noch mal gut In Augenschein nehmen könnt Und Wählt eins aus Und Stimmt ab Es ist ja nicht Viel verlangt von euch Ihr müsst nichts tun Und wie gesagt Danke noch mal an alle Die mir Logos Gesendet haben Und danke an Itai Für Die Inspiration Die RCS Kalastellio Gegeben hat Für das zweite Logo Dann Was wir dann In der nächsten Umfrage Beachten werden Gut Das war's Soweit von mir Ich hoffe Ihr Macht bei der Umfrage mit Wie gesagt Die Umfrage läuft Bis zum 22. Oktober 2019 Will ich noch dazu sagen Nicht dass ihr dann irgendwie Euch im Monat oder im Jahr irrt Bis zum 22. Oktober 2019 Läuft die Umfrage Um 17 Uhr Werde ich sie dann Quasi Upscreenshotten Und Dann Werden alle weiteren Dinge nicht mehr gewertet Gut Das war's Soweit von mir Bis zum nächsten Mal Wir sehen uns dann Bei der nächsten Abstimmung Bis dahin werde ich bestimmt Auch nochmal ein Tutorial hochladen Ich hab vor morgen Nochmal ein Tutorial aufzunehmen Am 21. Dann dementsprechend Vielleicht lade ich es dann auch Morgen gleich hoch Mal schauen Aber ich denke schon Das werde ich hier wohl hinbekommen Gut Wie gesagt Macht bei der Abstimmung mit Ich hoffe Ihr macht mit Und wenn nicht dann Ja Werde ich mitmacht Darf am Ende auch nicht meckern Dass das Logo ihm nicht gefällt Gut Ich wünsche euch noch Alles Gute Tschüsseli Euer Donfi Knuff